Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Abklopfen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Klopft ab. Klopfte ab. Hat abgeklopft. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich klopfe ab. Du klopfst ab. Er klopft ab. Wir klopfen ab. Ihr klopft ab. Sie klopfen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich klopfte ab. Du klopftest ab. Er klopfte ab. Wir klopften ab. Ihr klopftet ab. Sie klopften ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgeklopft. Du hast abgeklopft. Er hat abgeklopft. Wir haben abgeklopft. Ihr habt abgeklopft. Sie haben abgeklopft. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich klopfe ab. Du klopfest ab. Er klopfe ab. Wir klopfen ab. Ihr klopft ab. Sie klopfen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich klopfte ab. Du klopftest ab. Er klopfte ab. Wir klopften ab. Ihr klopftet ab. Sie klopften ab. Den Schluss macht der Imperativ. Klopfe ab du. Klopfen ab wir. Klopft ab ihr. Klopfen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abklopfen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.